Ich bin Leiter der Forschungsgruppe Innovation & Entrepreneurship hier am HIC. Ich studiere digitales Unternehmertum auf der ganzen Welt, insbesondere in Afrika. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil wir verstehen müssen, wie die digitale Wirtschaft auch an Standorten funktioniert außerhalb von Deutschland und außerhalb von Europa. Zum Beispiel finde ich das gut symbolisiert in diesem Buch, The Next Africa, das nächste Afrika, wo diese Vision betrieben wird, dass auch Afrika jetzt Teil eines globalen Netzwerks ist und dass auch in Afrika Applikationen und Software hergestellt wird. Und diese Ambition und diese Vision genauer zu untersuchen und zu verstehen, wo welche Technologien hergestellt werden und was für ökonomische Chancen das dann beinhaltet, ist mein Forschungsziel. Ich würde vorschlagen für Einsteiger, die Interesse haben am digitalen Unternehmertum auf der ganzen Welt und insbesondere in Afrika das Buch Digital Kenya von Bitangen Demo und Tim Weiss zu lesen. Die haben das Buch herausgegeben und da ist eine Reihe an interessanten Case Studies, aber auch Analysen zum digitalen Unternehmertum Ökosystem in Nairobi zusammengefasst. Das heißt, da kriegt man einen schönen Einstieg aus erster Hand von den Leuten, die tatsächlich dieses Ökosystem aufgebaut haben und da lernt man dann auch eine Menge über Afrika als Ganzes.